Würden sie sich freiwillig für Geld von irgendjemandem einfach fotografieren oder filmen lassen? Nein. Warum? Das wertvollste an uns Menschen ist nur mal das Gesicht. Jetzt stellt euch mal vor, es gibt ein Unternehmen wie unsere Lotterien, ihr werdet sehr viel beschissen. Würdet ihr euch freiwillig bei diesen Unternehmen vor die Kamera stellen? Erst recht nicht. Deswegen kann ich die zwei Moderatoren einfach nicht verstehen. Was hier abgeht, ist einfach Beschiss. Und ich werde euch erklären, warum die Lotto-Blogs in ihre Ziehungen Filter einsetzen. Willkommen, liebe Zuschauer. Was ich hasse, sind Verschwörungstheoretiker. Ich rede immer mit Fakten. Also, wir haben hier oben links ein Livestream. Der Moderator stellt sich hier hin, verkauft an die Gesellschaften sein wertvolles Gesicht, weil er dafür Geld bekommt. Ich würde für Geld nicht alles machen, aber egal. Jeder kann ja machen, wer es möchte. Diese Ziehung ist ja angeblich ein Livestream. Das bedeutet, in der Zeit, wo diese Ziehung präsentiert oder veröffentlicht wird, landet diese automatisch parallel bei YouTube-Server auf dem Kanal. Deswegen kann man immer wieder die Ziehung zurückspulen. Man kann immer wieder zum Ende zurückgehen und immer die vorigen Minuten anschauen. Ist diese Ziehung beendet, landet sie komplett bei YouTube auf dem Server. Das heißt, Sie können immer wieder vor- und zurückscrollen. Immer wieder gucken, was war vorher passiert, was ist danach für Zahlen gefallen. Das Video landet dann wiederum direkt bei Lotto.de auf dem Server. Das ist der normale Prozess. Aber die Lotto-Blogs setzen hier Filter ein. Das ist euch bestimmt noch nie aufgefallen, aber ich zeige euch das mal. Das bedeutet, diese Aufzeichnung landet nicht bei YouTube auf dem Server. Das wird hier unterbrochen. Durch einen Filter landet diese bei Lotto selbst auf dem Server. Ich habe keine Ahnung, wo sie landet. Deswegen, wenn die Live-Ziehung vorbei ist und ihr versucht, das Video hin und her zu scrollen, das funktioniert sehr oft nicht, weil das Video nicht bei YouTube auf dem Server gelandet ist, sondern irgendwo anders. Nachdem diese bearbeitet wird, landet diese schließlich dann später bei Lotto.de auf dem Kanal selbst. Jetzt werde ich euch zwei Beweise bringen, damit jeder mehr glaubt, dass es hier sich nicht um Verschwörungstheorie handelt. Wenn die Ziehung live und direkt bei YouTube auf dem Server landet, muss bei Lotto auf die Videos oder unter die Videos stehen, live übertragen am irgendwann. Nochmal, hier muss Anzahl der Aufrufe stehen, live übertragen am irgendwann. Bei unseren Lotterien unter dem Video steht eine Aufzeichnung des Livestreams. Genau das ist Kern der Geschichte. Sie präsentieren uns eine Aufzeichnung, aber sie präsentieren uns nie die Live-Übertragung selbst. Warum? Weil hier ein Filter dazwischen setzt. Ich werde euch anhand von zwei Beweisen erklären, warum das so ist. Das Video hier habe ich gestern am 27.11.2019 hochgeladen. Achtet bitte selber, das Video hat 29 Daumen oben, 61 Daumen nach unten. Ich lasse extra das Video hier offen. Jetzt gehen wir rüber bei Lotto.de auf der Seite. Das hier ist angeblich ein Livestream, was ja nicht der Fall ist. Pass auf, ich mache mal kurz auf Stop. Vergleicht mal selber. 15 Daumen nach oben, 29 Daumen nach oben, 6 nach unten, 61 nach unten. Also, wie oder woher kommt diese Differenz? Ganz klare Sache. Hier steht eine Aufzeichnung des Livestreams. Theoretisch hätte hier aber stehen müssen, live übertragen am irgendwann mal. Warum steht hier eine Aufzeichnung? Weil der Originalstream selbst gelöscht wird. Sie löschen das. Für mich persönlich ist es nicht verständlich, wenn man doch hier so viel Technik und so viel Mitarbeiter hat, die sich darum kümmern. Warum lässt man trotzdem Zungen ausfallen? Ganz klare Sache. Selbst der Filter wird hier ausgesetzt. Man versucht, die Zungen noch geschickter auf ihre Server rüber zu tragen, ohne dass sie bei YouTube drauf landen. Das ist genau keine Geschichte. Was hier passiert, ist beschiss. Deswegen kann es auch vorkommen, dass ihr über längere Zeit einfach nicht gewinnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich möchte hier niemanden schlecht machen, aber über die Tatsachen muss man nur mal sprechen können. Alles Gute euch und bis bald. Alles Gute euch und bis bald.